moin an alle ich habe heute wieder aber dass sie gestern habe ich wieder zu abschenken auch gerne bei einem machen vorbei und ich schaue jetzt das video oder ihr schaut das video und ich nehme das auf dem stream er ist alles unter in der video schreibung verlinkt also ich habe insgesamt 14 zapps verschenkt gestern um 22 12 um keine ahnung welcherzeit 2021 das geht ich habe alle zeiten aufgeschrieben wo meine zapps verschenkt wurde und jetzt geht es noch halbe stunde dann werde ich wieder gebannt auf jeden fall es war jetzt hier also warum ich ihn geschenkt habe weil ich aus wir sind in twitch mod an sich ihnen auswesend geschwörter wurde alles logisch ja das war die zweite phase dann kommt die dritte jura was nah warst du der hat den wirklicheis abgegeben spaß alter beruhig dich doch mal ich beruhig bin ich nicht okay ich denke gerne zu halten ist auch dein herz wo ich küsse dein herz das beste ist es habt ihr es habt nicht mal für sich selbst er hat sogar aber ein sub geschenkt weil ihnen weg gebannt hat oder ich küsse dein herz danke die mann ja da gibt es im text zwei zapps einfach seit vier stunden neun minuten hätte es schon krass auf euch die spenden oh mein gott ich bin doch alles gut du bist doch verrückt bin ich nicht oh mein gott ich küsse doch dein herz und danke dir ne lieber nicht am ende ist man auf snap was er du musst bedenken er schenkt den leuten subs aber hat sich selbst kein sub gegeben man geschrieben hat ich hoffe alles danke wie du bist es nicht ich hoffe alles du bist es 100 prozent also ich junge der labert doch bro das ist der 100 prozent er lügt doch nicht man das bist du die als ich eben gesagt habe aus spaß dafür kriegt ein sub hat jemand gesagt hast du dann digga du kannst mir nicht erzählen dass du das nicht bist ähm und er streamt sein handy per dings aber ich habe per snap geschrieben mit mir er lustig und so ich habe 225 fs was auf 24 äh okay dann äh ja weiter ach mal ey vielen vielen dank wer das auch immer ist auch wenn es den new studio ist ich weiß es danke dir ich hoffe alles danke ich bin es halt digga 1 auf 10 digga er lügt immer der ist es 100 prozent digga ey den new studio danke danke ohne witz geil digga ich kiss dein herz mann danke bruder ey kann man das aber warum danke ey das ist schon aktiviert du ich hab einfach geschrieben ich bin es nett meine emotes nutzen also wenn du auf smileys gehst oder emotes halt wie auch mal ich hab ne sub bekommen danke ich weiß ich weiß nebo das war der new studio war das auch wenn er sagt dass er das nicht war das war der aber bedankt dich bei ihm danke dir nochmal den newsio vielen dank digga er sub einfach er schenkt einfach subs vom nichts einfach so ja das so ja das ist noch hart digga Junge ich lieb dich bruder bei gott danke dir ach man weiß ich tacks nächsten stream so das müsste jetzt gehen oder was ich versuch mal 6 9 es kommt nein es kommt 6 zapps ja das geht immer noch nicht insgesamt war das 14 alles gut gott segne uns die musik ist toxisch gerade aber es ist nice warum geht das video die ganze zeit nicht 6 habs nicht sondern danach gleich jetzt ist noch eins hat oder meint er das ernst junge meinst du das ernst weil der meint das ernst junge er meint das ernst ich hab alles schon gesehen du hast denn alles gesehen er hat noch er hat noch ein sub gift bro er hat noch ein sub gift da gelassen junge ich glaube es nicht bruder ich glaube es nicht ich glaube es nicht bruder ich meine es ernst jetzt ohne witz kein spaß ok jetzt kein spaß genau der hat eben subs verteilt und ich frag mich ey das ist locker denn in your studio ich schwörs dir auf alles ich bin dir so dankbar ich bin dir so dankbar ich bin dir ernst du bist nicht bester mann bruder du bist so krass ich hab alles schon gesehen ok wir gucken weiter wir bleiben drin ja und wie geht das ok geil digger so das müsste jetzt gehen oder was ich versuch mal ach so das hab ich schon alles gut man du musst dich doch nicht für so ne scheiße rechtfertigen alter warte mal follow edge ja das geht immer noch nicht egal ich raste gleich aus alles gut Gott segne uns so jetzt kommt 6 subs was hab ich gesagt 6 subs 6 subs 6 subs 6 subs schöne subs oh mein gott digger was denn oh mein gott digger oh mein gott digger oh mein gott bruder oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott bruder ich weiß nicht was ich sagen soll Junge meinst du das ernst ja mein ich ernst bruder der hat nochmal 6 sub gifs dagelassen gell ich mein's ernst ich schwörs auf gott der hat nochmal 6 sub gifs dagelassen bruder ich schwörs auf alles der hat's einfach gemacht hey denusio bruder ich schwörs auf alles du hast auch was im kopf was ich sag mich am ende also wirklich sag mir wo du wohnst in berlin ich weiß sogar noch wer die straße ist ich komm bei dir vorbei oh mein gott bruder oh mein gott danke für meinen ortsgeleg du mich auch Bruder, der hat alles auseinandergenommen Ich schwöre es auf Gott, du hast alles auseinandergenommen Alles, du hast alles auseinandergenommen Bruder, sogar Nebo sagt dir an, Bruder Das sind zwei Leute Zwei Leute sacken dir an, Bruder Ich schwöre es auf alles Ey, Danisio, ich schwöre es ohne Witz Kein Spaß jetzt Vielen, vielen, vielen Dank, Mann Jetzt ohne Witz Weiter Text Na, ein Bruder, es dauert noch 38 Minuten dauert die Scheiße noch Ja, dann versuche ich den Gameplay, ja, mach es sofort, mach es sofort Ich kann halt leider nicht boosten, ne, das hat das Problem, Bro Ich habe nur 20 Gems Leider nur 20 Gems, Mann Oh, das ist einfach noch krank, Alter, ich schwöre es dir Einfach krank Digga, ich, Junge, ich verstehe Ja, Bruder, er haut, er geht weiter, Junge Er macht weiter, Bruder Ich wollte wirklich pennen gehen, aber egal Die 14 Tabs Wollte ich noch raushauen Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Bruder, ohne Witz Bruder, ich schwöre es dir Guck mal, Nebo sagt es, Digga, du hörst jetzt auch Geh doch mal schlafen, Alter Geh doch mal schlafen, Junge Junge, bist du verrückt, oder was? Digga, der ist krass Junge, ich habe heute mehr Subs als Follower gemacht, das ist heute schon meine Intention, Junge Ey, du bist krass, ich schwöre es dir auf alles Danke dir, Bruder, danke, aber es reicht Es reicht Du hast schon genug getan, es reicht, Bruder Junge, guck mal auf mein Ziel, ich wollte einen Follower noch Einen Follower, Bruder Du hast 12 Subs da gelassen, guck mal, ich habe 11 Follower gemacht und 12 Subs Achso, da Digga, das ist krank Ey, Danisio, es reicht, danke dir Ich schwöre es dir auf alles, danke Du hast schon viel zu viel getan, es reicht, danke Bruder, der geht einfach weiter, er macht einfach weiter Junge, das ist krass No chill, Digga Das ist krass Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall sehr gut Sehr gut schlauen Ist einfach Subs da, 12 Stück und er hört einfach nicht auf Er sagt zweimal, er will schlafen gehen und lässt immer noch Subs da Weißt du, meine Mama ist falsch Ja, bin ich da auch immer Ach, Mann, Bruder, danke dir ehrlich Danke Da ist die größer Versuch Der Nebo, Bruder, wie viele Punkte hast du eigentlich inzwischen, wenn ich fragen darf Also Kanalpunkte meine ich Kanalpunkte, Kanalpunkte Oh, das sind noch zwei Subs Achso, Clampunkte guck ich auch auf, der war schon 5000 Und meine Clamp lag What the fuck Ey, Bro, das reicht, Alter Ey, Junge, ich hab, ey nein Digga, ich geh auf, ich schwöre, ich geh auf Was? What? Der lässt immer noch da, Alter Ich ban dich gleich Bruder, ich schwöre es dir ban dich gleich, ich schwöre es reicht Das stimmt und dann Wenn BAN Ich kann trotzdem weiteres schwöre Hör doch mal auf, Junge BAN Ist nichts Verbotes Man kann ruhig gerne ban Aber Zappeln kann man trotzdem weiterhin Hör Sagt er noch was? Oder ist er einfach nur Baff Wie du da stehst Oh, ich, ich weiß nicht was ich sagen soll Benicio Willst du auch mal Schluss machen? Wollen sie vielleicht schlafen gehen? Wollen sie vielleicht zum Skelett LibraD gehen und ihnen einen Kuss geben? Und einfach mal Gutes sagen? Nee LibraD Dankeschön Gott segne dich dreimal LibraD Ich bin ich Ja, das ist Libra LibraD Ich glaube ich muss mich erstmal dieser Karte stellen Das ist LibraD Das ist LibraD Das ist LibraD Das ist LibraD Entsteck Geschickt hat Wie gebluestack Krank Hey Joey Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Danke Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz und mich auch schau ist dann ich bin weg oder ein tschüss bin einfach nur zu krank wird es aber niemals übertroffen würden weil sie hörts noch nicht habe ich eine ansage raus dass ich irgendwann demnächst bei libra die 50 saps raushauen die ansage steht jetzt im raum ob ich die 50 saps für ihn raushauen oder nicht schreibt sie in die kommentare soll ich oder soll ich nicht was dann oder du siehst du dann geht's out